Also auch zum nächsten Lied erzähle ich eigentlich immer nicht so viel, außer, dass es darum geht, dass wir alle Mauern in unseren Köpfen haben, die uns daran hindern, dass wir in einer schönen Welt leben. Und in dem Lied geht es im Grunde darum, einfach mal zu versuchen, diese Mauern, die wir in unseren Köpfen haben, einzureißen und deswegen kommt jetzt Rohr. Und in dem Lied geht es im Grunde darum, dass wir in unseren Köpfen haben, dass wir in unseren Köpfen haben, die wir in unseren Köpfen haben, waren hier auch in unseren Köpfen haben, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017